Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge Winkelche, The Lidl Shop. So, haben wir in der letzten Folge noch alles gemacht. Ich habe absolut keine Ahnung, für mich ist das schon wieder ein paar Tage her. Na ja, wir gucken mal. Okay, das sieht alles relativ gut aus. Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen... Ja, wird schon sitzen, oder? Ich meine, Holz, ja, haben wir... Was haben wir nicht richtig? Torf haben wir keinen. Wir werden mal Torf kaufen. Wir werden jetzt einfach mal Torf kaufen. Einfach, weil wir uns das leisten können, werden wir vor 10 Torf kaufen. Dann gehen wir mal hier hinten hin und dann können wir sagen, ah, okay, Messer haben wir, das haben wir. Wir haben kein Eisen, ne? Wir bräuchten mal Eisen. Hier ist Eisen. Oh, für 6, naja, gut, aber wir können uns das ja... Wir können uns das ja... Glücklicherweise sind wir in der Position raus, wo wir uns das leisten können. Wir kaufen uns das hier hin, so. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an. Wir fangen an mit Forken. Ich würde sagen, wir fangen an mit 5 Forken. Das ist doch... Das kann man doch einfach mal, oder? Da geht doch, ne? So ein bisschen kann man das. Dann haben wir hier Hämmer. Dann würde ich sagen, hauen wir hier mal 5 Hämmer durch. Ja, brauchen wir ja auch. So ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, als würden wir es brauchen, ne? So, hier, dann haben wir das hier. Da würde ich auch sagen, so. Komm, hauen wir 5 Stück weiter. So, sehr gut. Jawohl. Schau mal, da geht doch ein bisschen was. Dann haben wir Nägel. So, wie viel Eisen haben wir noch? Wir haben noch 15 Eisen. Dann würde ich ja fast sagen, wir machen 5 Nägel, ne? 5 Nägel und dann haben wir noch 10 Eisen und dann reicht es genau für 10 Zangen. Ja, das ist... Also für 5 Zangen eigentlich, weil, ne? 10 Eisen, 2 Eisen pro Zange sind 5 Zangen. Jawohl. Richtig. So, dann können wir die hier so richtig schön durchdrücken. Dann haben wir das. Dann können wir mal hier rüberlaufen. Können hier... Hoppala. Können hier einmal schön aufhüllen. Da kann auch ein Haufen Zeug rein. Auch hier drüben. Können wir es noch hinlegen. Da können wir... So, dann ist doch da schon mal wieder ein bisschen... Ah ja, stimmt. Wir haben ja immer noch Frühling und wir haben immer noch Pest. Irgendwie kommt das immer zusammen, ne? Frühling und Pest kommt irgendwie immer zusammen. Aber das ist nicht so schlimm. Wir öffnen das Minotorius Emporius. Tretet ein, ihr lustigen Leute. Kommt näher. Steckt mich nicht an. Alles wird gut. So, verdammt. Jetzt wollte ich... Ja, den habe ich jetzt vergessen. Naja. Alles nicht so wild. So, kommt heran, liebe Leute. Kommt heran. Oh, da draußen. Oh, da wird schon... Hier, da wird schon geguckt. Oh, du möchtest Salbei haben. Natürlich. Hier, Salbei. Wir haben keinen Salbei irgendwo ausgelegt, oder was? Kann das denn die Möglichkeit sein? Offensichtlich kann das die Möglichkeit sein. Ich würde sagen, wir legen mal hier Salbei hin. Oder... So, hier, da legen wir mal den Salbei. Legen wir mal da hin. Jawohl. Jawohl, was hätten sie gerne, Jungemann? Sie verkaufen Braten, Missgabeln. Sie verkaufen Salbei. Ja. Haben wir ja gerade ein bisschen. Da können wir ja... Hier. Oh, du verkaufst teuren Torf. Oh, du verkaufst wirklich teuren Torf. Oh, du verkaufst günstiges Leder. Oh, ich weiß, wir haben noch Leder, aber wir werden es trotzdem... Ja, darum hat man ja so ein großes Lager, damit man es kaufen kann, wenn es günstig ist, ne? Damit man es kaufen kann, was günstig ist. Und ich habe in der Nachbearbeitung und im Schnitt gesehen, es waren natürlich Kartoffeln, die wir da hinten noch weggerissen haben. Ähm... Ja, das ist halt bloß 14, oder? Das ist halt schon... Ja, komm. Nimm es einfach mal mit. Zack. Okay. So. Kommt herein. Kommt heran. Liebe Leute. Ne? Wir brauchen... Jo, hier. Hier, da legt der Chef nochmal selber nach, ne? Da kennt er nichts. Da ist er... Du hättest gerne Stahl. Ja, hier, bitte nimm doch. Pese. Ich glaube, ich habe doch Pese. Haben wir sogar noch. Und Blaubeeren hättest du auch gerne haben, weil natürlich auch da... Sehr gut. Oh, da kommt der Mann mit dem... Hier, da sind Kartoffeln, Lavendelsamen, Kamillesamen, Blumenkohlsamen... Blaubeersamen... Oh, da wäre gelbe... Da gäbe es gelbe Bohnen, ne? Oh, Artischocke, aber natürlich keine... Ja, hier, der hat natürlich... Der hat natürlich ordentlich Äpfelchen dabei. Da würde ich sagen, da schlagen wir auch mal hier da... So, nimm die mal. Das ist in Ordnung. Hier, kauf ein. Kauf ein, Junge. Kauf ein. Sehr schön. Kommt näher heran. Kauft, Leute. Kauft. So, wie sieht es hier aus? Wie sieht es hier aus? Warum? Wo haben wir denn eigentlich die Marmelade stehen? Wir hatten ja hier mal einen Tisch, wo die Marmelade drauf stand. Der existiert gar nicht mehr, ne? Also den Tisch an sich ja auch nicht mehr. Seltsam, seltsam. Oh, du hast Nahrungsmittel. Was hast du dabei an Nahrungsmitteln? Du hättest Käse bei. Wir kaufen mal Käse. So auf 10 hoch. Ja, das ist doch in Ordnung. Das kann man mal machen. Du hättest fertigen Gemüseeintopf. Den brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Nein, das brauchen wir nicht. Du hast Blumenkohl. Und... Ne, du hast nichts, was wir... Außer den Äpfeln hast du nichts, was wir brauchen können. So. Gehen wir mal hier hin. Da. Da mal, da mal, da mal. Hier mal. Und da hat der Letzte noch einen gekauft. Wer bist du? Jans. Jans, du bist auch mal wieder hier. Das freut mich, Gerd. Sehr schön, dass Gerd auch mal wieder da ist, ne? Das muss ja auch mal, ne? So, dann... ...haben uns die heute Handschuhe weggekauft. Dann kaufen wir, bauen wir mal Handschuhe, oder? Hier, wir machen einmal Handschuhe. Mehr haben heute irgendwie nicht weg, ne? Irgendwie sind die nur noch da, um normal Lebensmittel zu kaufen. Sehr, sehr seltsam. Naja, aber wenn sie meinen, ne? Hier ist es auf Schlafpunkt. Hier ist es auf Schlafpunkt. Haben wir noch Schmerzhalbe? Haben wir nicht mehr so wirklich viel. Ich würde sagen, wir machen mal... Ja, komm, wir machen mal drei Schmerzhalbe. Ne? Das geht einigermaßen. Und hier unten. Die Schönheitsgeben. Die läuft auch ganz gut. Ja, da würde ich auch sagen, wir machen auch mal drei Stück. Der gute Torf, der da rein muss, ne? Der gute Torf. So. Richtig. Dann haben wir hier nur einen Liebestrank. Haben wir auch noch da. Hier, Liebestrank habe ich schon gesagt, ne? Zweimal Liebestrank. Den füllen wir auch noch auf. Ja, hervorragend. Natürlich kam heute keiner vorbei, der irgendwie Eisen günstig da gehabt hätte, ne? Ist halt jetzt auch doof. So, da ist der Tag beendet. Und da dürfen wir. Da dürfen wir gießen. Da ist der Blumenkohl. Da unten. Muss noch gegossen werden. Jawohl. So, Kartoffeln. Könnten wir mal wieder. Haben wir überhaupt noch irgendwo Kartoffeln? Haben wir hier noch Kartoffeln, ne? Ja, komm, ernte doch mal wieder Kartoffeln. Und die Kartoffeln erntest du bitte auch. Und dann gieß du mal hier rein. Sehr schön. Und dann hier hin. Taust du die auch nochmal raus. Sehr gut. Jawohl. Sehr schön. So, an was mangelt es uns noch? Natürlich mangelt es uns mal wieder an der hier, wie heißt? Kamille, ne? Jawohl. Zack, hier. Gleich wieder rein. Zack. Hier einmal raus. Und gleich wieder hinein. Hopp, hopp, hopp. Boah, 95% gelbe Ausbeute. So muss das. Wie sieht es hier aus? Haben wir davon noch? Oh, davon haben wir, davon haben wir auch nicht mehr. Okay. Wir können gleich wieder rein damit. Hopp, hopp. Einmal rein, einmal raus. Und wieder weiter. Sehr schön. Wie sieht es aus mit Blaubeeren? Blaubeeren können wir auch mal wieder. Pflanze sie doch bitte wieder ein. Ja, sehr gut. Haben wir, wie sieht es hiermit aus? Wir sollten, Getreide sollten wir noch haben. Fleisch haben wir auch ein bisschen. Ja, geht, ne? Geht, geht, geht. Kann man machen. So. Wie schaut es denn ansonsten aus? Ansonsten sieht es aus, als könnten wir direkt wieder öffnen, oder? Würde ich jetzt zumindestens mal so vor mich hin lamentieren. Hopp. Öffnen sie. Wo bleiben die Leute? Da kommen unsere Mädels. Christian. Jans. Du bist doch Jans, oder? Nein, du bist Johannes. Okay. Verdammelig. Sehr schön. Lager sieht auch gut aus. Hä? Lager sieht auch gut aus. Sehr schön. Wie sieht es hier aus? Hier können wir nicht... Du hättest gern Leder. Ja, natürlich. Hier, bitte nimm doch. Du hättest gern Schuhe. Ja, bitte. Warum? Wieso legt hier keiner mehr Schuhe rein? Oder haben wir keine mehr? Doch, natürlich haben wir. Du hättest gern Torf. Da, Mitterchen. Nimm. So, was hast du im Angebot? Blumenkohl, Apfelkuchen, Bohnensamen. Ja. Ist jetzt irgendwie nicht so hammergeil, was der bei hat, ne? Hier, Leder hat er, ne? Oh, Leder. Komm, hier. Nimm mal das gute Leder mit. Leinen, Seide. Ja, aber Seide im Teuer irgendwie, ne? Nö. Nö, nö. Wolle hätten wir noch elf. Nehmen wir mal einen. So, die Lobke und die Jana, die stehen schön ineinander. Du hättest gern. Natürlich. Hier, bitte nimm doch. Gönn dir. Nimm es mit. So ist gut. So. Ja, kauft ein. Ah, das wird der Pest, ne? Das ist auch so eine Sache. So, was willst du da hinten? Du hast auch. Was hast du? Du hast alle Raune günstig. Ja, ja, hier, nimm mal. So, wir nehmen alles an Alraune, was er hat. Das ist zumindest die gute Alraune, nehmen wir komplett mit. Pustensaft, Kamille. Den Rest hätten wir eigentlich, ja... Joa. Joa. Stahl hat er. Oh, Stahl hat er zum guten Preis, ne? Ja, komm, hier machen wir auf 15. Aber keiner hat mehr Eisen. Keiner hat mehr Eisen. Das ist schon irgendwie arg seltsam. Kommt herein. Liebe Leute, kommt herein. Wir brauchen unbedingt mehr Eisen. Und wir brauchen Torf. Wenn der nächste da kommt, der Torf hat, müssen wir zuschlagen. Ja, meistens haben es die ja doch günstiger als die anderen, ne? Da kann man hier... So, was hast du? Schlafmittel. Stahl. Schon wieder Stahl. Wolle. Mhm, mhm, mhm. Verjüngungstrank. Braten. Leinen. Leder. So, Leder. Hammer. Gut. Ich weiß es nicht. Hier, der hat Hammer im Angebot. Nimm mal fünf Hammer. Dann haben wir wenigstens Hammer. Dann wissen wir, dass wir der Hammer sind. Das wenigstens. Hier, Haferbrei. Brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt Käse, hat er. Aber haben wir auch noch. Blaubeeren bauen wir selber an. Brauchen wir nicht. Hm. Jo, dann kauf das und schieb ihn weiter. So, Eisen. Kollegen, Eisen bräuchten wir mal. So. Okay, die haben... Das Einzige, was mir die ganze Zeit kommt, ist, schneidere Hüte. Ja, ja. Kommt schon. Wisst ihr was? Wir machen jetzt die beschissenen sechs Hüte noch. Hier. Können wir das überhaupt? Wir können das noch. Die machen wir jetzt noch. Dann kriegen wir das. Dann haben wir Hüte groß auf Vorrat. Ist doch auch mal in Ordnung. Das kann man ja mal machen. 27. Und 28. 29. Und jetzt. Hau raus. Jawoll. Und da haben wir die Hüte. Hutmacher erledigt. Sehr schön. Gab es da jetzt irgendwas hier unten eigentlich für uns? Nein. Dieses Gleitchen ist uns auch immer noch verwehrt. Ah, da. Die Damen. Gut, ne? Die Damen sind hier gut dabei. Da fehlt übrigens auch noch was. Da könnten wir mal. Da könnten wir mal das normale Leder hinlegen. So. Das läuft doch. Das ist auch mal schön. Wah. So. Aber ich weiß immer noch nicht, wo wir die Marmelade haben. Die Marmelade hier bei? Ne, ist sie nicht. Hier ist sie auch nicht bei. Hier ist sie auch nicht bei. Erzähl doch nichts. Wir haben doch irgendwo Marmelade hingelegt. Oder? Jetzt glaube ich es aber. Hier das, 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 das. Hier. Nicht. Ja, dann kommt hier Holz weg, ne? Kommt hier Holz weg. Dann muss hier Marmelade rein. So. Jetzt haben wir mal wieder Marmelade liegen. Ist doch auch mal schön. Ist doch auch mal gut. So. Wir haben hier ein Mäntelchen. Hätte er gerne. Das können wir gerne machen. Dann hier Stiefel hätte er bitte gerne. Kriegen wir auch noch einmal durch. Die Schuhe hätte bitte gerne einmal. Auch das können wir herstellen. Hüte haben wir zum. Ja. Hüte haben wir einigermaßen ausreichend. So. Dann. Wie sieht es hier aus? Hier bräuchten wir, ne? Jo. Hier bräuchten wir. Und hier bräuchten wir ordentlich. Ich würde sagen, wir nehmen wieder. Und dann dreschen wir da direkt acht Stück durch. Weil die geht ganz gut, die Suppe. Die Suppe geht ganz gut. Die dreschen wir mal so durch. Das läuft. Die kommen jetzt auch schon eher in grün als in der anderen Farbe, ne? In weiß hier und so. Ja. Und da könnte man, würde es so gerne einfach machen. Einfach nur damit es gemacht ist. Oder? Nein. 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 Oh, wir müssen noch gießen. Oh, da hat er es nicht gesehen. Da müssen wir noch gießen. Hier hin. Hier hin. Oh, hier die Kartoffeln natürlich. Und hier die Kartoffeln natürlich. Und hier runter. Jawohl. Und dann. Nein. Ich möchte das nicht versetzen. Ich möchte, dass du das genau da lässt, wo es ist. Dann gieße. 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 Renne weiter. Gieße. Und gieße auch hier noch einmal. Ja, schön. Dann haben wir das soweit. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang. Hier rum. Hier rüber. Hier durch. Da haben wir einigermaßen alles liegen. Dann packen wir uns mal den. Den wollte ich nämlich schon die ganze Zeit ein bisschen verstellen. Dann stellen wir uns den mal hier hin. Dann stehen die Leute auch besser da, ne? So, dann lasst uns mal hier. Lasst uns hier mal kaufen. Nein, lasst uns hier mal bauen. Und zwar würde ich gerne hier. Hier. Würde ich hier gerne. So, können wir irgendwie. Nein, wir können uns hier nicht drehen. Das finde ich schade. Ja, ich möchte das. Und dann möchte ich kaufen. Und dann möchte ich hier. Und dann möchte ich das da. So, und jetzt drehe er sich bitte. Und dann können wir das da hinstellen. Das machen wir jetzt einfach mal. Können wir da irgendwas tun? Bitte schließe das Menü. Oh. Oh, ja, wenn ich das gewusst hätte. Können wir das? Äh, jo, akzeptiere. Wie von? Ich habe nicht genug angeforderte Gegenstände. Null von zwei. Hä? Oh, da muss man. Oh, da muss man spezielle haben, ne? Oh, da hat er nicht aufgepasst. Da hat er nicht aufgepasst. Pass auf, wir machen mal vier Stück. So, bitte. Einer in grün. Zwei in grün. Okay. Dann haben wir das. Dann können wir jetzt hier vorlaufen. Unser Behältsbrett. Können da hingehen und können das liefern. Wow. Okay, der braucht drei normale. Die haben wir jetzt nicht. Das braucht er elf. Okay. Wow, das ist, ähm. Okay, das hätten wir noch alles da. Ich würde sagen, das akzeptieren wir dann auch direkt. Hallo, hier. Akzeptieren. Du kannst ja sagen, okay, neue, auch keine Wartung. Okay. Cool. Das ist ja... Das ist ja schick. Ähm, aber wir brauchen Dekoration. Wir müssen das einfach... Wir brauchen das einfach hübscher für unsere Kunden. Ja, das... Es gibt einen Esszimmertisch. Okay, warum? Warum existiert dieses Asset? Ich habe keine Ahnung. Bitte tu es weg. Möchte das nicht. So, hier. Da haben wir den. Da haben wir noch Büsche. Da hätten wir... Okay, hier. Oh, oh, oh. Oh, seht's. Oh, seht's. Wir könnten... Wollen wir? Ich würde sagen, wir wollen, oder? Kann man da... Da kann man hinten reinlaufen. Das ist absolut okay. Das kann man mal machen, ne? So, quadratischer Picknick. Picknickfarb? Das ist kein Picknickfarb. Das sieht nur komisch aus. Okay, Schubkarre, Baumstumpf. Dann haben wir hier... Kamillepodest. Okay, das gibt's bestimmt auch noch Varianten. Hier. Ne, Kamillepodest. Okay, pass auf. Wir stellen das Kamillepodest hier hinten rein. So, hier hin. Wir können das Menü schließen, aber wir können hier nichts tun. Egal. Egal, wir machen das jetzt einfach mal so. Dann, glaube ich, haben wir alles soweit. Vorbereitet. Und dann würde ich sagen, ja, komm, hier, oder? Wir öffnen das Minister... 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 Mensch! So ein schwieriges Wort, ne? Ich weiß nicht, warum ich den Laden so genannt habe. Ich habe... Wirklich, tatsächlich... Keine Ahnung. So. Hier lang, hier rum, hier rüber. Wir gucken mal da. Oh, da. Da kommen die Leute. Das ist schon... Das ist schon ganz cool. Ja, aber selbst groß ist noch zu klein, ne? Selbst groß ist noch zu klein. Das ist nicht gut. Na ja, wir werden schon... Wir werden schon rausfinden, wie das jetzt dann hier, ne? So. Wir sind ja wieder hier attraktiver geworden. Für die Bevölkerung. Ja, komm, nur näher. Kaufet ein. Kommet näher. Oh, was möchtest du? Du hast jetzt Eisen dabei, oder? Komm. Hier, du hast hart Eisen dabei. Du hast kein Eisen dabei. Weder hartes noch weiches Eisen. Finde ich ungut. Finde ich nicht schön von dir. Hm? Muss ich jetzt schon sagen. Aber hier, du hast... Du hast... Du hast geiles, teures Leder dabei. Und du hast... Günstig hier und... Ja. Kauf das mal und dann... Oh, du möchtest Alraune haben. Selbstverständlich. Hier, bitteschön. Ich verkaufe dir gerne Alraune. Bitte. Komm näher. Treten Sie ran. Kommen Sie... Da ist auch nichts mehr da. Sag mal, wofür bezahle ich denn die Mädels eigentlich? Ne? Das ist ja schon mal, ne? Das... Wir haben doch hier irgendwo so eine... ganze Abteilung gehabt, nur mit... Oh, da... Oh, da will er. Komm. Wir spuchten mal hier vor. So, was hast du? Du hast auch wieder Leinen dabei. Du hast Stahl dabei. Das ist total toll, dass ihr alle Stahl dabei habt. Ne? Aber keiner auf die Idee kommt, mal hier irgendwie Eisen beizuhaben. Eisen, okay. Komm, Hufeisen nehmen wir zwei. Marmelade nehmen wir auch zwei. Achse ist teuer. Oh, Achse ist... Achse ist mal richtig teuer, ne? Getreide bauen wir selber an. Lavendel, Salbei. Können wir nicht anbauen. Können wir mal... Können wir noch zehn Stück nehmen. Vielleicht brauchen wir es demnächst mal. Hier können wir mal... Keine Ahnung. So, auf 25 gehen wir mal hoch. Und dann kaufen wir das. Das ist schön. So, die Damen. Jawohl. Da wird schön hingelegt. Lauf. Was verkaufe Kleidungsstücke an einem Tag? Okay. 40 Stück. Darf ich nichts anderes verkaufen außer Kleidung? Das hätten wir am Anfang vielleicht geschafft. Ja, ganz am Anfang vielleicht. Mit Glück. So, Messer. Ich würde sagen, wir machen mal... Ich würde sagen, wir machen mal gar nichts am Messer, weil wir kein Torf mehr haben. Verdammte Axt. Kommt da noch mal einer? Da kommt keiner mehr. Wer ist denn da noch da? Hermanus. Hermanus, Hermanus ist da. Ich verstehe. Okay, hier können wir, glaube ich, noch nichts machen. Oder? Nö. Da können wir noch nichts machen. Sehr schade eigentlich. Ich finde das wirklich schade, weil sonst könnten wir hier aktivieren. Und das geht ja nicht, ne? Geht ja nicht. Dauert ja noch. So, Damen. Danke. Danke, dass ihr da wart. Freut mich sehr. Bitte gieße den Spargel. Und hier müssen wir... Doch, da müssen wir noch gießen. Da drüben. Da drüben müssen wir noch gießen. Hier hin, bitte. Und hier hin. Und natürlich auch hier. Und dann kommen wir hier rum. Hier rüber. Hier lang. Hier rein. Und dann brauchen wir Torf. Torf, wo bist du? Da oben ist Torf. Verkaufen gleich. Komm, wir machen gleich. Wir machen es gleich. Wenn wir sich richtig machen, brauchen wir es gar nicht machen. So, das sagt hier. Da hin. Messer. Fünf Stück, ne? Mindestens. Hopp, hau raus. Wie sieht es aus mit Äxten? Äxten sind auch nur noch zwei Stück da. Da nehmen wir auch direkt nochmal drei. Dann legen wir auch drei. Gleich nochmal nachlegen, ja? Gar nicht lang rumpfeifen. Hier, da haben wir ein paar Eisen. Das finde ich total, total scheißen, wenn wir kein Eisen haben. So, Eisen ist wohl weiter oben. Gott, Mann. Ja, mach doch mal hier, bitte. Danke. Hier ist Eisen. Ja, hilft ja nichts. Komm, kauf es ein. Es hilft ja nichts. Kauf es ein. Da, wir brauchen es ja, ne? Wir benötigen es ja. So, hier fünf. Dann hier nochmal. Drei. Sehr gut. Ja, und da auch nochmal eine. Sehr schön. Dann können wir hier nochmal einen durchhauen. Läuft. Sehr gut. Dann haben wir das, das, das. Wie sieht es hier oben aus? Kleidung geht jetzt nicht mehr allzu gut. Essen. Joa, geht jetzt auch nicht so prickeln. Tränke gehen auch nicht. Ich frage mich eigentlich, womit wir unser Geld verdienen. Wenn ich ehrlich bin. Wobei momentan ist es ja gar nicht so viel, was wir da immer zusammen bekommen, ne? So, da haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir das. Da haben wir diesen, jenen, einigen und welchen. Und dann würde ich sagen, wir öffnen unsere Pforten. Wir öffnen unsere Pforten in der nächsten Folge. Das bedeutet, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst dich zu bewerten. Bis dahin. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018